Das Video heißt Teddybär Schildkröte. Jetzt gucken wir uns die zugemerzen an, okay? 3, 2, 1, let's go. Wow! Voll das krasse Video, Leute. Voll krass. Es geht um den Eisbären, um die Schildkröte und Mario Kart. Ich wusste es. Windows-Wallpaper. Aha. Yoshi! Oh mein Gott, Yoshi will die aufessen. Was ist da? Das Video eskaliert aber richtig. Okay. Das war irgendwie ganz krass. Das war gerade mal sowas von Fiebertraum. Das war es mit dem Video. Danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. vorbei. Das war es. Ja.